Nicht ganz ohne Stolz kann ich sagen, dass ich im Oktober Sturmtruber des Monats war. Also wir haben in der Kaffeelounge so eine kleine Galerie und da muss ich sagen, das hat mich schon sehr befreit, wenn du dich da so siehst. Ja, gerade neben dem September und im November. Ja, Oktober, das war kurz nach dem Einsatz auf, wo war das jetzt? Ja, entweder war es Dagobah oder es war Algebra, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich meine, das Wetter war ein bisschen trübe, aber landschaftlich war es super.